hallo und herzlich willkommen zu der neuen episode auf meinem kanal heute mit deuren doktor und ja heute spielen wir ein bisschen csgo wird jetzt lange nicht mal gespielt habe es einmal mal auf den kanal gebracht und war einfach nur eine speed montage bei der deathmatch runde und wir spielen heute mal eine deathmatch runde auch ich habe schon vor paar tagen mal csg aufgenommen aber problem war ich habe meine audio vergessen aufzunehmen deswegen kam jetzt gerade keine videos weil ich hatte schon viele aufnahmen vor diesen vor diesen jetzt video was jetzt kommt vor dieser aufnahme da opa ein headshot wünschen replay vor ich habe auch vor gehabt mal noch andere spiele zu bringen noch außer csgo vielleicht auch bald black ops 2 ja nicht mit 3 ist mir auch egal ich glaube ich wollte ihm gerade wunderschön ha ha messer kill ein bullet messer holt kein keine headshot für mich heute ja es war ein headshot ja 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 Oh, Headshot Knockin' Headshot Triple Headshot Ah, nein. Er hat da bei mir natürlich gegeben. Ich will das auch. Okay. Willkommen die von dort. Oh, Headshot, bitch. Das ist meine Lieblingswaffe. Das ist meine Lieblingswaffe. Weil sie leicht ist. Man kann auch damit noch gut noch abhauen. Ich hätte lieber mit der AGB-Spieler. Ich weiß. Oh, mein Gott. Jetzt hat er mein Spot geholt. How the blood did happen? Ja. Ich schwöre, ich hätte verkackt die richtig. Endlich. Ich zählt so, wann es leckige Scheiße. Oh, ssss. Oh, ssss. Bruh, ich raste. Oh. 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 Ich will auch ein Kind einfach. Es ist mir egal, wann ich lege. Was? Oh, Headshot. Dicke, ich verwirrte mich richtig. Opa. Jetzt muss ich ein bisschen schna... Ah, ich schaff's nicht. Ich war gerade in den Top 3. Jetzt schaff ich sicher nicht. Etwas 500 Points. Das ist mir auch egal, langsam. Egal. Bei mir ist es jetzt eine gute Runde. Jetzt habe ich gerade ein bisschen verkackt, aber ist mir auch egal. Egal, vielleicht kriegen wir auch etwas. Das finde ich speziell ist Silber. Nein, ich habe nicht gekriegt, Palken. Schade. Engel. Lass einen Like, wenn euch diese Episode gefallen hat. Cisco weiß man, was anderes. Und ja. Peace out. It's your story, so frame it how you wanna frame it. I get the picture, but that doesn't mean I gotta hang it. I used to be a Mormon saying things like, gosh and dang it. Now I'm trying to...